Ja Freunde, herzlich willkommen zur Auslosung des dritten Abstandsmessers, den es hier auf dem Zweitkanal zu gewinnen gab. Ich freue mich sehr, dass wieder einige von euch mitgemacht haben und ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück für die Auslosung. Also im Hintergrund sind meine Vögel zu hören, also lasst euch davon nicht stören, die sind gerade ein bisschen aktiv. Aber wir gehen jetzt sofort rein in die Auslosung. Also Risa hat geschrieben, möchte gerne gewinnen, bist auf jeden Fall dabei. Katrin, herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Achso, ich habe dich schon eingezogen, du hast nur geschrieben Glückwunsch. Okay, also bist du nicht dabei bei der Auslosung, aber sehr lieb auf jeden Fall, dass du den Gewinnern deine Glückwünsche übermittelt hast. Dann, du hast ja gewonnen, also Martina war das, genau, sie hat gewonnen. Joker, ich möchte ein Abstandsmesser gewinnen, bin noch ein Zeichenanfänger und habe mir all deine Tutorials reingezogen, finde die Technik super. Ey, das freut mich voll, dass du dir die Videos angeschaut hast, dass die dir auch geholfen haben beim Zeichnen, finde ich super. Und sehr gerne bist du auch mit bei der Auslosung dabei. So, dann haben wir R. John. Ich möchte gerne den dritten Abstandsmesser gewinnen. Ich möchte an der Verlosung teilnehmen. Sehr gut, nochmal sehr genau dazu geschrieben. Beim letzten Mal hatten wir ja ein paar Kommentare, wo ich mir nicht ganz sicher war, aber so ist auf jeden Fall Nummer sicher. Ich finde es cool, dass du so eine Verlosung machst. Ja, ich finde es auch cool. Freut mich immer, wenn ich euch was zurückgeben kann. Und so macht es ja auch nochmal mehr Spaß hier auf YouTube, wenn man ein bisschen mehr Interaktion hat. Dann, Birnazin. Ich möchte so ein Dingens gewinnen. Viel Glück für alle. Ja, auf jeden Fall. Viel Glück für alle und danke, dass du allen Glückwünscht. Und du bist natürlich auch sehr gerne bei der Auslosung mit dabei. Dann haben wir Elvira. Da versuche ich doch gleich noch einmal. Vielleicht klappt es diesmal. Ich möchte gerne den dritten Abstandsmesser gewinnen. Sehr gerne bist auch du mit dabei. Dann Rupi zockt. Da schließe ich mich doch gleich mit an. Ich möchte den dritten Abstandsmesser gewinnen. Sehr gerne. Auch du bist bei der Auslosung mit dabei. Und dann noch Janine. Ich versuche noch einmal mein Glück. Genauso ist es richtig. Ich möchte den dritten Abstandsmesser gewinnen. Wunderbar. Damit haben wir alle, die mit teilnehmen möchten. Ich muss noch gucken. Katrin hatte ich, glaube ich, hier in dieses Ding schon mit reingepackt. Darum nehme ich dich mal wieder mit raus. So, also da haben wir jetzt zwei, vier, sechs, sieben Leute, die mitmachen. Das heißt, eure Chance ist eins zu sechs oder eins zu sieben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube eins zu sechs. Nein, geil. Wir wollen uns jetzt hier nicht auf Mathe konzentrieren, sondern einfach auslosen. So, dann drehen wir mal am Rad und mal sehen, wer den Abstandsmesser bekommt. Und ich glaube, Elvira ist es. Wunderbar. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast den dritten Abstandsmesser gewonnen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ja, schreib mir einfach entweder bei Instagram oder bei mir per Mail, falls du kein Instagram hast. Dann können wir das mit Adresse klären und ich schicke dir den Abstandsmesser zu. Vielleicht haben wir Glück und er kommt sogar noch vor Weihnachten an. Allen anderen mal wieder, was ich dann immer sage, wenn es nicht geklappt hat, seid nicht traurig. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr mitgemacht habt. Und in Zukunft gibt es sicherlich wieder einige Auslosungen, bei denen ihr auch gerne wieder mitmachen könnt. Und dann klappt es vielleicht. Also, vielen Dank fürs Mitmachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.